Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Ermächtigen, den Erschaffer von Himmel und Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren durch die Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich der Hölle, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zurecht in Gottes des Ermächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zurecht an die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Nachlass der Sünden, Auferstehung des Fleisches und das ewige Leben. Amen. Ehre sie dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Es war am Anfang, so auch jetzt und allerzeit und in Ewigkeit. Amen. Vater uns, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns den Glauben vermehre. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die Hoffnung stärke. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Gnade, der Gnade, der Gnade, der in uns die göttliche Liebe entzünde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist Wie es war am Anfang, so auch jetzt und allerzeit Und in Ewigkeit, Amen Das erste schmerzhafte Geheimnis Darauf kam Jesus mit den Jüngern zu einem Grundstück Das man Gethsemane nennt Und sagte zu ihnen, setzt euch und wartet hier, während ich dort bete Und er nahm Petrus und die beiden Söhne des Sebedeos mit sich Der ergriff ihnen Angst und Traurigkeit und er sagte zu ihnen Meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir Und er ging ein Stück weiter, warf sich zu Boden und betete Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe diese Kelch an mir vorüber Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst 39, nun am besten Siegnein zeichne Kampfen um Gebet möglich Suche von Beginn an bis zum letzten Kampf in seiner Todesangst durch das Gebet Vater, unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel an Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus Der für uns Blut geschwitzt hat Heilige Maria, Mutter Gottes Bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus Der für uns Blut geschwitzt hat Heilige Maria, Mutter Gottes Bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat Heilige Maria, Mutter Gottes Bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus Der für uns Blut geschwitzt hat Heilige Maria, Mutter Gottes Bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus Der für uns Blut geschwitzt hat Heilige Maria, Mutter Gottes Heilige Maria, Mutter Gottes Bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus Der für uns Blut geschwitzt hat Heilige Maria, Mutter Gottes Bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus Der für uns Blut geschwitzt hat Heilige Maria, Mutter Gottes Bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus Der für uns Blut geschwitzt hat Heilige Maria, Mutter Gottes Bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus Der für uns Blut geschwitzt hat Heilige Maria, Mutter Gottes Bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus Der für uns Blut geschwitzt hat Heilige Maria, Mutter Gottes Bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist Wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit Amen O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden Bewahre uns vor dem Feuer der Hölle Führe alle Seelen in den Himmel Und komm uns vom Irrtum zu befreien Jesus schütze und rette die Ungeborenen Amen